Das perfekte Dinner. In Baden-Baden setzen die Ladies auf Exotik. Da ist tatsächlich ein Angstgegner, das ist der Papageifisch. Die haut ja was raus, ey. Und die Herren auf Leidenschaft. Kochen ist ja ein zutiefst sinnliches Vergnügen. Wenn du kochen kannst, stehen die Mädels auf dich. Das perfekte Dinner. Montag bis Freitag, 19 Uhr.